Musik Heute bei Extraherz Schule und Nebenjob, wie man Schule und Arbeit unter einen Hut bekommt. Graffiti, illegale Kunst mitten im Kforzheim. Jugendkund, die Sprache der Jugend von heute. Hallo und herzlich willkommen zu Extraherz, heute aus der Heinrich-Wieland-Schule Pforzheim. Diese Sendung stand im Rahmen eines Videoprojekts des Gestaltungsprofils. Immer mehr der rund 1800 Schüler verdient sich durch Nebenjobs etwas dazu. Wir haben einen dieser Schüler einen Tag lang begleitet. Musik Hallo, mein Name ist Bartolomea Cellini. Ich bin 20 Jahre alt, wohne in Pforzheim und gehe auf die Heinrich-Wieland-Schule. Nach der Schule bin ich als Bedienung tätig im Restaurant der Pizzeria Palazzo in Göbrüchen. Musik Zu meinen Aufgaben gehören die Reservierungen zu überprüfen. Dazu gehe ich an das Reservierungsbuch, schaue für das heutige Datum nach, die Personenanzahl, in wie viel Uhr die Personen kommen werden, ob es vielleicht besondere Wünsche gibt, um den Chef möglicherweise darauf aufmerksam zu machen. Natürlich muss ich auch die Getränke überprüfen. Dazu gehört einfach zu schauen, ob es genug ist, ob Cola da ist, Fanta, natürlich auch die Weine. Um für einen guten und hygienischen Eindruck zu sorgen, muss ich immer schauen, dass die Theke sauber bleibt. Damit die Tischdeko eben entsprechend aussieht, muss ich Servietten falten. Der Tisch muss immer auch schön eingedeckt sein. Ich muss auch darauf achten, dass die Tischdecke sauber ist und dass die Tischdecke keine Falten hat. Ebenso muss ich auch mal Gäste bedienen, was sehr wichtig ist. Mein Arbeitstag beginnt direkt nach der Schule. Meistens mit zwei Stunden Pause zwischendrin. Und endet so gegen 10 Uhr abends. Je nachdem, wie die Gäste dann noch im Restaurant sind. Die Zeit, um auf meine Klausur zu werden, finde ich meistens in der kurzen Zeit nach meiner Arbeit oder an meinen freien Tagen. Zu diesem Job bin ich durch meinen Vater gekommen. Dieses Restaurant gehört ja meinem Vater. Er hat sich damals im Jahre 2011 selbstständig gemacht und hat mir eigentlich das Nötige beigebracht, um als Kellner zu arbeiten. Zu meinen Lieblingsaufgaben gehören eigentlich die Gäste zu bedienen, da man ja sehr viel Kontakt mit Kunden hat und das mir ja ganz besonders liebt. Was ich eher nicht so gerne mache, ist jetzt zum Beispiel die Türke sauber machen. Das putzt jetzt nicht so ganz meine Stärke. Neben den Arbeitenden gibt es Schüler, die ihre Freizeit durch das Sprayen von Graffitis künstlerisch gestalten. Das einen freut, ist das anderen leid. In folgendem Beitrag erfahren Sie mehr über dieses umstrittene Hobby. Graffitis ist eine Sachbeschädigung. Man kriegt die Farbe nicht mehr weg, das heißt man muss überstreichen. Somit liegt eine Substanzverletzung vor, also auch der Tatbestand der Sachbeschädigung. Wenn Jugendliche bei uns erwischt werden, die gesprüht haben, dann müssen sie ihren Schaden wieder gut machen. Dafür haben wir auch ein super Projekt hier in Pforzheim, nämlich das Antigraffitimobil. Das heißt, wenn Sprayer erwischt werden, dann dürfen die unter der Anleitung von einem Maler oder Malerbetrieb den eigenen Schaden wieder weg machen und dürfen sich gleichzeitig bei den Geschädigten entschuldigen. Weil bei den meisten Sprayern haben wir festgestellt, dass die überhaupt keinerlei Bezug haben zu fremdem Eigentum. Die wissen also nicht, was es heißt, Eigentum zu pflegen und zu hegen. Und wenn sie dann mal sehen, was für einen Zeitaufwand sie benötigen, um ein Graffiti wegzumachen, dann lernen sie mit Sicherheit auch für die Zukunft so etwas nicht mehr zu tun. Für mich ist Graffiti die reine Schmiererei und die schönen Bilder, die man sieht, wo ich wirklich auch für manchen Sprayern oder Graffiti-Künstlern Achtung habe und auch Respekt habe, muss ich sagen, die guten Bilder, die sind für mich Kunst und kein Graffiti. Ja, zum Maler will ich eigentlich kommen, eigentlich nur durch die Schmiererei. Durch nachts draußen rumrücken, irgendwelche Texte breiten, seine Arme irgendwie in die Gehegen schmeißen. Ja, Präsenzzeige halt einfach und ausprobieren. Und ich sehe Schmiererei in dem Sinne auch gar nicht als negativ an. Im Gegenteil, also ich finde eine graue, triste Wand schlimmer, wie wenn da dann halt irgendwie ein farbiges Pieß drauf ist. Wenn man da steht und ein Bild macht, ist die Reaktion oft so, dass ein sehr großes Unverständnis da ist und auch eher eine gewisse Abbehaltung oder eine Ablehnung zu dem Ganzen. Auch nur aufgrund dessen, weil man eine Sprühlohse in der Hand hat und kein Pinsel, sage ich jetzt mal. Wo sind die Sprühlohse? Das ist halt etwas Böses. Das sind die Leute, wo andere Leute die Häuser vollschmieren. Aber im Nachhinein, wenn das Bild fertig ist, ist die Reaktion und Resonanz eigentlich immer positiv. Ja, Philippe bedeutet für mich eigentlich ganz viel. Es hat immer was Emotionales. Es gibt Styles, wo eine gewisse Aggressivität hin oder eine gewisse Ruhe. Für mich ist Maler auch ganz viel innerer Ausgleich finden, einen Ausgleich zu sich selber finden, irgendwas zu verarbeiten auch. Und für mich ist das eigentlich, ja, ich sage mal fast lebensnotwendig. So wie das Graffiti zum Jugendkult gehört, ist die Sprache ebenfalls ein wichtiger Teil davon. Heutzutage hört man immer mehr dieser Neologismen. Immer öfter hört man Worte wie YOLO, SWAG oder HIPTER. Aber weiß die Jugend von heute überhaupt, was diese Worte bedeuten? Mehr dazu erfahren sie in den folgenden Minuten. Jugendzwartel 2013. Was bedeutet YOLO? Hätte ich gesagt, keine Ahnung. Man liest zwar überall, aber ich weiß nicht, was es ist. Interessiert mich nicht. YOLO heißt, you only live once. Und das bedeutet auf Deutsch, du lebst nur einmal. Genau. YOLO heißt, you only live once. Also hätte ich jetzt da. Und das sagen die Leute halt, wenn sie irgendwas machen, worauf sie stolz sind. Oder wenn sie irgendwas cool finden, sagen sie, ah ja, ich lebe ja nur einmal oder sowas. Also übersetzt, ja. So die Pseudo-Bewegung von allen, die meinen, sie müssen jung und cool sein. Ja, YOLO benutzen viele Menschen als Entschuldigung dafür, dass sie zum Beispiel viel Alkohol konsumieren oder riskante Sachen machen. Und dann sagen sie einfach, dass sie nur einmal leben und nehmen das dann einfach als Entschuldigung. The only live once. Ich meine, der Grundsatz ist gut, aber die benutzen es halt als Ausrede, um Schrott zu bauen. Das ist nicht so gut. Was ist ein Hipster? Oh, ein Hipster. Gute Frage. Also, ich nehme mal an, ein Star, der Hip ist. Ein Hipster. Irgendein Typ, der spezielle Kleidung trägt und komische Musik hört. Also der Ursprung liegt ja auch in den 40er-Jahren. Also ich würde sagen, ein Hipster ist jemand, der einfach der Masse folgen will, sozusagen. Also ich glaube, manche Leute wissen nicht mal selber genau, was ein Hipster ist. Also ich kann es jetzt nicht genau definieren. Ich könnte jetzt nur sagen, wenn ich jemanden sehe, ah ja, der macht so oft Hipster oder so. Also die Leute, die zum Beispiel so eine Kappe die ganze Zeit tragen oder solche Schuhe haben, die so hoch begehen bis zu den Knöcheln. Das würde ich jetzt so sagen. Heutzutage wird das ein bisschen falsch interpretiert. Ein Mensch. Also jemand, der meint, so pseudomodern zu sein, hätte ich jetzt gesagt. Ein Hipster. Ja, ja, also das sind Leute, die haben Werte, große Brillen und können vielleicht als Obdachlose mit einem Handy, mit einem großen Smartphone beschrieben werden. Und wie mit den Dreiecken. Was bedeutet es? Swag. Keine Ahnung. Na ja, swag ist, wenn man cool sein will und swag. Ja, swag. Das sagt mir gar nichts. She wants a gentleman. Swag bedeutet, wenn jemand so oft cool macht und der einfach so voll lässig sein will. Also eigentlich kommt das ja früher von dem secretly we are gay, aber ich glaube, das weiß kaum irgendjemand und es wurde einfach zweckentfremdet. Nach diesen Beiträgen über Schülerjobs, künstlerische Straftaten und Worten, deren Ursprung niemand weiß, verabschieden wir uns heute von ihnen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Extraherz aus der Heinrich-Wieland-Schule. Schaltet auch das letzte Mal wieder ein, wenn es heißt Extraherz aus der Heinrich-Wieland-Schule. Schaltet auch das letzte Mal wieder ein, wenn es heißt Extraherz aus der Heinrich-Wieland-Schule. Schaltet auch das letzte Mal wieder ein, wenn es heißt Extraherz aus der Heinrich-Wieland-Schule. Schaltet auch das letzte Mal wieder ein, wenn es heißt extraherz aus der Heinrich-Wieland-Schule. Vielen Dank.